Ja, hallo lieben, Christian Schömer, Herr Vater, Verwaltungscoach, Pro-Sychologe und so weiter und so weiter. Ja, heute reden wir mal wieder über eine Dating-Situation, Frage zur weiblichen Polarität. Selbstübe-Challenge geht gerade los, mein Festations-Challenge und wenn du mich anderweitig unterstützen willst, gibt es jetzt neben der Kanalmitgliedschaft auch die Möglichkeit, mir was zukommen zu lassen. Da gibt es so ein kleines Donate-Herzchen jetzt unter jedem Video, hat YouTube eingerichtet und ja, freue ich mich drüber, wenn du kostenlosen Content auch unterstützen möchtest, genau. Ja, Nachricht von Katja Tevskola und sie schreibt, hallo Christian, ich habe eine Frage zur weiblichen Polarität, auch nachdem ich letztens ein interessantes Video dazu von dir gesehen habe. Ich merke, dass ich bei Männern, die ich nicht so mega attraktiv finde und auf die ich auch leider am Ende nicht so stehe, deutlich cooler und lebendiger bin als im Kontakt zu Männern, auf die ich stehe. Ja, ich kann dir sagen, das ist unter uns Männern eins der Hauptprobleme, was du immer wieder thematisiert, warum es mal mit Frauen, also es gibt es andersrum genauso, warum es mal mit Frauen, die man nicht so gut findet, total cool und dann finde ich einen auch cool und mit Frauen, die man richtig gut findet, benimmt man sich irgendwie wie so einen Lappen und es funktioniert nichts. Gute Frage ist da erstmal, wie verhält sich denn eigentlich der Mann, bei dem du so locker bist? Ist der vielleicht so ein bisschen, wie man in Englisch schon so schön sagt, over pursuing, also macht der zu viel, ist der zu aktiv? Ja, also macht der auch Sachen, die du vielleicht auch machst mit den falschen Männern? Vielleicht findet jetzt in diesem Beispiel der Mann dich ja richtig gut und fühlt sich auch komisch und zu doll und awkward irgendwie, ne? Verstehst du, was ich meine? Ja, aber dazu später mal mehr. Ich habe den Eindruck, mir damit sehr im Weg zu stehen. Wenn ich von Anfang an merke, dass ein Mann relativ interessiert ist, beziehungsweise ich auch nicht so richtig stark auf dem Mann stehe, verhalte ich mich offensichtlich auf eine natürliche Weise und attraktiver. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, Grenzen, aber auch Humor deutlicher zu zeigen, bin aber auch toleranter, nehme mich alles direkt ernst und fühle mich nicht so schnell verunsichert. Ja, du bist mehr in deiner Mitte, du setzt auch Grenzen, ohne dass man immer gleich Angst hat, was passiert denn jetzt? Du bist in deiner Selbstliebe und wie wirkt das? Attraktiv. Warum? Weil du einfach einen Scheiß drauf gibst, wie es weitergeht. Und das ist eigentlich, dass eines der größten Geheimnisse von Dating-Erfolgen ist, dass du, ja, in so eine Coolness kommst, ne? Dass du in so eine Coolness kommst, dass du sagst, ja, ich date jetzt lieber, was dabei rauskommt, ist mir scheißegal, ich mache jetzt hier mein Ding und entweder es geht weiter, es geht nicht weiter, interessiert mich nicht. Das ist wirklich, ist unfassbar attraktiv. Warum? Weil die Natur uns mitgegeben hat, dass wir Menschen daten sollen, die selbstlos sind. Warum? Weil das wahrscheinlich, also warum weiß natürlich niemand, aber würden jetzt die meisten wahrscheinlich sagen, weil es genetische Vorteile hat. Wenn du Kinder mit jemandem hast, der Status hat, ein Standing hat, stark ist, kräftig ist und das bevorzugt halt die Natur so und ja alles ist ein Sinn, was bei uns so abläuft und deswegen ist es attraktiver. Deswegen bist du ja auch attraktiver, ne? Ist tatsächlich einer der Sachen, die mein Dating-Game auf jeden Fall auf ein völlig neues Level gehoben haben, das kann man eigentlich, kann ich jetzt auch schon mal sagen, was, glaube ich, der Trick ist, alle Menschen gleich zu behandeln. Und natürlich gleich gut, aber auch nicht, auch nicht besser. Also du behandelst einfach, es gilt auch für Männer genauso, du behandelst einfach jeden Date-Partner gleich, egal wie hot der ist. Das ist, das ist das Geheimnis, attraktive Menschen zu daten, ne? Weil wenn du die gleich behandelst, warum solltest du nicht den gleichen Erfolg haben, wie mit Männern, die du nicht so gut findest, ne? Du wirst den gleichen Erfolg haben, ne? So. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis, dass man Menschen nicht auf ein Podest stellt, nur wenn man denkt, oh Gott, das ist so attraktiv, so attraktiv, oh Gott, oh Gott, was mach ich jetzt, mach ich jetzt, mach ich jetzt, mach ich jetzt. Ist für Männer, glaube ich, sogar noch schlimmer, wenn sie das machen, weil dann fallen sie komplett aus der Polarität raus, fangen an zu zittern vor der Frau, übernehmen sich völlig seltsam und das ist einfach nur uncool, ne? Mehr ist eigentlich nicht dabei, ne? Leider führt das dazu, dass öfter mal Typen, die auf mich stehen, oder ich, dass öfter mal Typen auf mich stehen, oder ich tone lange Gespräche mit Männern führe, an denen ich eigentlich kein großes Interesse habe. Oder ich habe einfach Interesse, dann zeigt der Mann an mir Interesse, meistens ist seins irgendwie wieder weg. Ich bin seit Längerem ein bisschen verknallt in einem von meinem Nebenjob, der sich irgendwie manchmal ambivalent verhält, aber mit dem es auch ganz schön amüsant auf der Arbeit war. Naja, da gibt es ja Forschung zu, dass Frauen Männer interessanter finden, deren Gefühle nicht hundertprozentig klar sind, das ist, welchen Sinn das macht, das kann ich mir auch nicht sagen, aber es ist so. Also du findest, das ist ja das Verrückte, wenn man Frauen fragt, wen findest du gut, also welchen Typ Mann findest du gut? Dann sagen die, ja, jemand, der nett ist und bla und wenn man sie dann fragt, also nicht alle Frauen, aber viele Frauen, wenn man sie dann fragt, und welchen Typ stehst du gerade? Ja, der Nachbar, ich weiß nicht, der ist so geheimnisvoll, keine Ahnung und macht so sein Ding, hat seine Mission und, ne? Also manchmal ist es auch, dass man so ein bisschen zu sehr aus dem Ego datet, mehr dazu hier, meinem neuen Buch, neue Dimensionen der Liebe, das kann manchmal auch sein und einfach zu viel drauf gibt, dass Männer irgendwie geheimnisvoll sind und man weiß es nicht und warum ist das ja jetzt heute so, warum ist das so? Also wir gehen häufig in diese Ambivalenzfalle rein, dass wir Menschen, die sich ambivalent verhalten, irgendwie höher werten als jemand, der einfach präsent da ist, ne? Deswegen sage ich ja oft auch gerne, guckt mal in eure, liebe Frauen, guckt mal in eure Friendzone, ob da nicht der Partner ist, den ich immer gesucht habe, ne? Die man vielleicht mal eine Chance geben kann auch und warum ist der jetzt interessanter? Ich meine, ich kann es verstehen, nur man kann ja auch ein bisschen spielen mit seinen eigenen Programmierungen und auch ein Stück weit entscheiden, in welche Richtung man geht, ne? Also man ist dem ja nicht völlig ausgeliefert, ne? Ich glaube, er steht einfach nicht auf mich und habe mich aber auch gleichzeitig gefragt, inwiefern ich durch mein Verhalten, das daraus resultiert, ihn gut zu finden und dadurch verunsicher zu sein, mich zum Beispiel eher distanziere, nicht mehr locker bin und so weiter. Also Eigenschaften, die, glaube ich, eher in meiner weiblichen Polarität wären. Naja, in der weiblichen Polarität ist es nicht so schlimm wie für Männer, wenn man mal verunsichert ist oder sich ein bisschen kasperig benimmt, das ist in der weiblichen Polarität eigentlich nicht schlimm. Von daher, ja, müssen sich da, glaube ich, Männer noch viel mehr Gedanken drüber machen. Aber auch für dich gilt natürlich, dass selbstbewusstes, selbstliebendes Verhalten immer am attraktivsten ist. Und wenn du sich in seine Umlaufbahn geschmissen hast und sicherlich signalisiert hast, ich stehe auf dich und er nicht darauf eingeht, dann ist das Selbstliebende eben zu sagen, ja, darauf geschissen, ne? Weiß ich nicht, dann mache ich halt mal ein Ding und da stehen ja immer auch viele Männer drauf, wenn Frauen irgendwie hard to get sind und ein bisschen snobby, also ein bisschen nicht zu viel. Und auch für Männer ist das ein bisschen, gehen sie ihre eigenen Toxikte auf den Live, also auch Männer sollten das natürlich hinterfragen, warum daten Männer nicht immer die liebe, nette Frau, das ist eigentlich genau das Gleiche. Aber wenn du dich da interessanter machen willst, dann sei stolz irgendwie, ne? Ja, und behandle alle Männer gleich, also sozusagen, gib einen Scheiß drauf, ne? Das ist leider so das Attraktivste, ne? Ja. Natürlich kann man niemanden dazu bewegen, auf einen zu stehen, aber vielleicht hast du eine Empfehlung, wie man dieses Dilemma lösen kann. Also mit für mich attraktiven Männern genauso gelassen zu sein, wie mit welchen, die relativ egal sind. Ja, tatsächlich muss man das üben, ne? Also das heißt, du versuchst, dich mit attraktiven Männern zu umgeben und das zu üben. Also mir hat das wahnsinnig weitergeholfen, einfach, ich weiß noch, wie damals mein Dating-Coach, von dem ich so unheimlich viel gelernt habe, wie der zu mir sagt, ey, du musst alle Frauen exakt gleich behandeln, ne? Also natürlich, also du machst für die Omi die Tür auf, du machst für die mittelhübsche Frau die Tür auf, du machst für die superhübsche Frau die Tür auf. Immer James Bond, calm, cool, collective, immer nett, klar, das kriegt man natürlich nicht immer hin gleich, ne? Aber dass du so eine Attitude hast, ich behandle alle Frauen gleich und gerade, jetzt auch mal an die Männer, gerade auch attraktive Frauen und clubattraktive Männer auch, stehen da so krass drauf, wenn andere Menschen sehen, die auf dem Podest stellen. Also das fuckt Menschen so ab, die attraktiv sind, wenn sie mal, du bist so toll, du bist so toll und will man dann irgendwie nicht daten, ne? Man ist auch ein bisschen, macht sich das Leben manchmal unheultig schwer damit, aber so sind wir halt, ne? Was soll man da zu sagen? Und also tatsächlich dieser Gedanke, also das dich mit, für dich attraktiven Männern zu umgeben und dann dieses Mindset zu haben, ich versuche mich jetzt genauso zu verhalten, ich tue so, als ob ich das schon könnte, fake it until you make it, das ist, glaube ich, der beste Tipp und irgendwo auch der einzige Tipp, wie würdest du es sonst lernen, ne? Äh, ja. Ich merke einfach, wie ich denke, ich will auf keinen Fall abgelehnt werden. Ja, gut, da hast du ja schon einen Glaubenssatz, der nicht in der Selbstliebe ist, ne? Weil, und wo du einen Mann auf den Podest stellst, ne? Also der Glaubenssatz sollte sein, ja, ist mir scheißegal, wer mich ablehnt, ist nicht für mich, es juckt mich nicht, ist mir egal. Genau, also dann geh da mit diesen veränderten Glaubenssätzen rein, ne? Ich könnte, ich hätte gedacht, Glaubenssätze-Kurs bei mir auf Liebeschip übrigens, das ist manchmal gar nicht so präsent für viele, glaube ich, wenn der mal nicht da sein sollte, könnt ihr gerne noch Fragen im Support, support. support.liebeschip.de Ähm, so, wo waren wir? Was ich dann schade finde, dass ich eigentlich gar nicht so verkrampft bin und dass wir uns eigentlich auch ganz gut verstanden hatten. Naja, was ich natürlich auch sagen kann, wenn ein Mann nicht richtig hot findet, dann wird er das auch, also du kannst natürlich deinen Teil dazu beitragen, aber es gilt natürlich auch für Männer, wenn ein Mann nicht richtig gut findet, dann wird er, äh, und dich so mag, wie du bist irgendwo auch, dann wird ihn das auch nicht stören, wenn du dich ein bisschen awkward verhältst, ne? Aber gut, man versucht ja einfach sein eigenes Kartenblatt so gut es geht zu verbessern, ne? Was soll man auch sonst machen, ne? Ja, wie schafft man es, sich weniger in sowas reinzusteigern, vor allem, wenn man die Person gar nicht so gut kennt, dass man wirklich sagen könnte, man ist jetzt verliebt. Ich bin normalerweise relativ gelassen und lerne relativ leicht Leute kennen. Ja, dann lerne weiter attraktive Leute kennen und übe genau das, ne? Umso mehr nervt es mich, dass ich plötzlich innerlich äh, so verkrampft bin. Meinst du, dass das auffällt? Es fällt viel weniger auf, als man denkt. Und, äh, deswegen, äh, so zu tun, als wenn man total cool wäre, äh, dann wird jetzt bestimmt wieder irgendjemand schreiben, ja, ich bin aber, ich will aber authentisch sein, ich selber. Ja, also, wie gesagt, wenn ihr lieber authentisch, was ihr meint, was authentisch sein wollt und euch Kasparich verhalten wollt, dann macht das. Aber wenn ihr euren Datingerfolg verbessern wollt, dann muss man halt irgendwo die Schräubchen ein bisschen drehen. Und es ist ja auch gar nicht, in diesem Fall kann man auch sehen, das ist ja gar nicht authentisch, dass du so dich dann komisch benimmst, ne? Das ist ja gar nicht, wer du wirklich bist, so. Von daher wird, greift auch dieses Argument nicht, aber das kommt ganz häufig in solchen Videos. Äh, ich will aber authentisch sein, ich will authentisch sein. Ja, macht, was ihr wollt. Das ist mir sowieso völlig wurscht, also ob, mir ist das, äh, völlig wurscht, ob Ratschläge mal im Video übernommen werden oder nicht. Also, mein Leben verbessert sich dadurch nicht, ne? Also, ich versuche euch nur zu helfen und kann es machen, man kann drauf scheißen, ist mir auch in letzter Konsequenz egal, sag ich mal, ne? Es ist euer Leben. Und manchmal muss man erst fünfmal auf die Schnauze gefallen sein, dass man überhaupt bereit ist, auch mal einen Ratschlag anzunehmen. Also, kenne ich zumindest auch. Aber, ja, ähm, gut, hast du jetzt ja auch gar nicht gesagt. Äh, jetzt ein bisschen abgeschwiffen hier. Äh, nee, das wird von außen gar nicht so auffallen. Also, du kannst innerlich echt beunruhigt und nervös sein und nach trotzdem nach außen, also, das kann ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung hundertprozentig bezeugen, dass du nach außen trotzdem total cool rüberkommen kannst, ne? Wenn du den Fokus drauf legst, ne? Ähm, aber es sollte natürlich nicht zu viel sein. Es sollte natürlich nicht in so einem Ausmaß sein, dass du das Gefühl hast, du bist total unecht, ne? Das ist natürlich auch nicht. Also, irgendwo im Mittelweg ist da wahrscheinlich das Beste, ne? Meine bisherige Strategie ist, mit der Person möglichst so umzugehen wie mit früheren Interessenten, auf die ich nicht so stark reagiert habe. Also, ja, ist das sinnvoll oder bin ich dann irgendwie letztlich wieder zu verkopft? Nee, also, wenn man was verändern will, das geht nur über den Kopf. Also, wenn du irgendeine, nehmen wir mal ein Spieltennis und du hast irgendwie deine Rückhand, hast du falsch eingespeichert, äh, da kannst du nicht einfach sagen, äh, so, die speichere ich jetzt anders ein, sondern das muss über den Kopf gehen, dass du dir bewusst eine andere Bewegung machst und so ist das jetzt hier beim Detting auch, ne? Klar wird man am liebsten gerne immer ohne Kopf daten, aber wenn man irgendwas verändern will, dann braucht man Inhalten. Würde mich enorm über eine Videoantwort freuen, auch wenn diese, äh, ja, egal, äh, genau, habe ich jetzt gemacht. Auch wenn diese Aussage, dass ich es einfach lassen sollte mit ihm, weil nicht genügend Interesse besteht, ja gut, das ist ja gar nicht der Hauptfokus der Mail hier. Äh, danke für deine hilfreichen Videos und Kursen und generell alles Gute. Genau. Was ist denn, steht da noch irgendwas? Ja, das war's soweit. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Macht die fucking Datingkurse. Leute, wirklich, guckt nicht nur die Videos. Ähm, die Videos sind eigentlich nur Anwendungsfälle für meine Kurse und wir sehen uns bei mir. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.